Hallo, ich bin die Pia von Fast dich ganz. Ich bin Fastenleiterin und wir begleiten da im Waldviertel am wunderschönen Seminarbauernhof Schöneck eine Fastengruppe. Wir sind gerade da angekommen und packen uns dann unser Material für die Fastenwoche aus. Wie du siehst, haben wir sehr viel vorbereitet für unsere Teilnehmer. Frisches Obst, Gemüse für die Fastenverpflegung und wir freuen uns schon auf die Wochen, die Teilnehmer zu begleiten. Danke fürs Zuhören. Ciao, deine Pia.